Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um das sogenannte Auswahlrecht des Anschlussnehmers im Bereich des Smart Metering Meshstellenbetriebs. Was bedeutet das? Ganz kurz gesagt, der Vermieter kann ab 2021 bestimmen, wer der Smart Metering Meshstellenbetreiber sein soll, auch wenn der Mieter als solcher diese Entscheidung nicht getroffen hat. Im letzten Video habe ich ja beschrieben, dass man selbst frei entscheiden kann, wer der Meshstellenbetreiber laut § 5 des Meshstellenbetriebsgesetzes sein soll, habe aber auch erwähnt, dass es dafür Ausnahmen gibt. Und die ganz konkrete Ausnahme, die natürlich auch ein paar der Zuschauer bemerkt haben und auch in Kommentaren an anderer Stelle hinterlassen haben, ist, dass es ja tatsächlich im § 6, im nachfolgenden § des Meshstellenbetriebsgesetzes, das sogenannte Auswahlrecht des Anschlussnehmers gibt, mit der erweiterten Überschrift Folgen für das Auswahlrecht des Anschlussnutzers. Was besagt dieser Paragraf konkret? Und dann wissen wir auch schon, wie dieses Auswahlrecht genau zusammenhängt. Er sagt so ziemlich folgendes, statt des Anschlussnutzers, des Mieters, kann ab dem 1. Januar 2021 der Anschlussnehmer, der Eigentümer, der Vermieter, einen Meshstellenbetreiber auswählen, wenn dieser, und jetzt kommt es, alle Strommesspunkte der Liegenschaft mit einem intelligenten Messsystem ausstattet. Das ist die Premium-Variante des Smart Meterings. Er außerdem ein Bündelangebot spartenübergreifend anbietet. Das heißt, er nicht nur Strom, sondern eben auch Strom und Gas, Strom und Wärme, Strom und Wasser oder noch weitere Steuerungsmöglichkeiten im Rahmen eines Smart Buildings gemeinsam anbietet. Und dritte wichtige Voraussetzung, wenn dieser gebündelte Meshstellenbetrieb spartenübergreifend für den Anschlussnutzer, also den Mieter, keine Mehrkosten bedeutet im Vergleich zur bisherigen getrennten Messung. Das heißt, die Kosten, die bisher für getrennte Messungen, Strom, Gas, Wasser, Heizkosten zusammenkamen, die Kosten, die da zusammenkamen, dürfen jetzt nicht überschritten werden durch dieses Bündelangebot. Es muss also günstiger oder höchstens gleich teuer sein für den Mieter. Und unter diesen Voraussetzungen darf der Vermieter eben ab 2021 bestimmen, wer der neue Meshstellenbetreiber und damit praktisch Technikanbieter und Betreiber im Smart Metering Segment für Strom dann sein darf. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Voraussetzungen dafür, dass das Ganze vertraglich korrekt abläuft. Weil eventuell haben wir als Mieter ja schon einen eigenen Meshstellenbetreiber und Smart Metering Anbieter damit ausgewählt. Und jetzt wird der Vermieter das aber anders entscheiden für die gesamte Liegenschaft. Jetzt würde mein eigener Vertrag als Mieter nur dann aufgelöst werden, wenn mindestens die Hälfte seiner Laufzeit und mindestens fünf Jahre bereits verstrichen sind. Das heißt, wenn ich einen 10-Jahres-Vertrag für den Meshstellenbetrieb zum Beispiel haben sollte, dann müssten jetzt über fünf Jahre vergangen sein und dann würde mein Vertrag entschädigungslos aufgelöst werden, wenn mein Vermieter praktisch einen eigenen Meshstellenbetreiber auswählt. Wenn ich meinen eigenen Meshstellenbetreiber erst vor zwei Jahren gewählt habe, der erst vor zwei Jahren mir ein intelligentes Meshsystem eingebaut hat, dann würde es nicht so sein, dass mein Vertrag sofort aufgelöst wird. Er müsste also entweder mit Entschädigungen aufgelöst werden oder er würde weiterlaufen können, was aber wenig Sinn hätte für die Ausstattung der gesamten Liegenschaft mit einem Meshstellenbetreiber. Also es würde dann wahrscheinlich eine Entschädigungszahlung geben, mindestens an den eigenen Meshstellenbetreiber, vielleicht auch an uns als Mieter. Das müsste man dann nochmal genauer sehen, wie das ausgestaltet wird. Gleichzeitig würde vor der Beendigung des Vertrages nochmal mindestens drei Monate laufen, sodass der Meshstellenbetreiber, selbst der Alte, nochmal die Möglichkeit hätte, darauf zu reagieren. Denn unter anderem muss vor dem Nutzen des Auswahlrechts, vor dem Ausüben durch den Vermieter, der bisherige von mir gewählte Meshstellenbetreiber, die Chance bekommen, ein eigenes Bündelangebot abzugeben. Das heißt also auch, wenn der Vermieter sich jetzt entscheidet, er geht zu einem großen bundesweit tätigen Meshstellenbetreiber, weil der ein tolles bundesweites Angebot gemacht hat und weil der günstige Einkaufspreise meinetwegen hat, dann muss mein eigener Meshstellenbetreiber, zum Beispiel mein Stadtwerk, die Chance bekommen, ein eigenes Bündelangebot abzugeben, was dann halt bestmöglich günstiger sein sollte, weil dann hätte man ein gutes Argument dafür, dass man beim bisherigen Meshstellenbetreiber auch bleiben würde oder vielleicht die gesamte Liegenschaft dann auch in einem Rutsch ausstattet. Jetzt würde es so sein, dass in diesem Fall, dass dieses Bündelangebot von einem fremden Meshstellenbetreiber, von einem wettbewerblichen, durch den Vermieter auf die Liegenschaft ausgeräuht wird, dass dann der Anschlussnutzer, also wir als Mieter, eine Vergleichsrechnung auch vorher bekommen müssten, auf das dann hervorgeht, dass die Kosteneinsparung gegeben ist oder zumindest die bisherigen getrennten Messkosten nicht überschritten werden. Außerdem müssen verschiedene Angaben zum Meshstellenvertrag, zur Messung, zur Abrechnung für die Meshstellenbetriebsentgelte getätigt werden und der konkrete Wechselzeitpunkt muss natürlich angegeben werden. Wenn wir jetzt in diesem Vertragsverhältnis dann sein würden, über unseren Vermieter einen Meshstellenbetreiber zu haben, dann dürften wir als Anschlussnutzer, als Mieter, alle zwei Jahre ein Angebot für neue, praktisch Bündelangebote fordern. Immer mindestens zwei müssten dann vom Vermieter aufgeführt werden, sodass wir auch noch mal regelmäßig unserem Wunschmeshstellenbetreiber Meshstellenbetreiber die Chance geben könnten, hier dann doch noch mal reinzukommen und der bestehende Vertrag dann praktisch auch irgendwann einfach nicht verlinkert werden würde, weil es ein besseres Angebot gäbe, das zum Beispiel. Und ja, auf diese Weise ist es jetzt schlussendlich geregelt, dass wir zwar als Mieter die Chance haben, jetzt sofort ja auch schon einen Smart-Metering-Anbieter, einen Meshstellenbetreiber zu wählen, aber ab 2021 gibt es eben dieses besondere Auswahlrecht des Anschlussnehmers, welches dann eben die Chance gibt unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich vor allem, es muss die gesamte Liegenschaft gemeinsam in einem Bündelangebot ausgestattet werden und es darf nicht mehr Kosten für den Mieter verursachen, dann hätte eben der Vermieter die Chance hier einen besonderen, zum Beispiel bundesweit tätigen, besonders günstigen oder mit besonderen Services ausgestatteten Meshstellenbetreiber zu wählen und festzulegen. Und dann würden wir eben auch als Mieter die Technik und die Anbindung und die Services von genau diesem Anbieter bekommen. Das ist natürlich ganz besonders interessant dann, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass es ja bundesweit tätige Immobiliengesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften gibt, die dann natürlich vielleicht einen bundesweiten Rahmenvertrag mit einem ganz bestimmten Meshstellenbetreiber haben würden und dann dementsprechend bundesweit tausende, vielleicht hunderttausende Liegenschaften oder zumindest Wohnungen mit genau diesem Anbieter versehen wären. Das ist so, denke ich, der Hauptansatz, über den dieses Auswahlrecht des Vermieters, des Anschlussnehmers wirklich viel, viel Bewegung in den Markt bringen würde und ansonsten natürlich einfach, dass zum Beispiel ein Startup ein besonderes Angebot hat, was im Sinne von Smart Home, Smart Building besonders interessant ist oder dass einfach das Stadtwerk oder verschiedene Stadtwerke besondere Angebote über ihre wettbewerblichen Meshstellenbetreiber-Sparte anbieten könnten und dann dementsprechend auch hier praktisch das eigene Netz und der eigene Lieferant gewissermaßen auch in eine Konkurrenz treten würden, was auch nur unter bestimmten Voraussetzungen geht. Auch da geht das Anbieter, aber das ist ein ganz anderes Thema. Dazu vielleicht an anderer Stelle nochmal ein eigenes Video. Das ist jetzt also das Auswahlrecht des Anschlussnehmers, des Vermieters unter diesen bestimmten Voraussetzungen. Habt ihr Fragen dazu, dann schreibt die schon mal unten in die Kommentare und ansonsten, wie immer, liked dieses Video und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Leckert. 는 bei Ihr Scherz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jerz-Jer Vielen Dank.